Heute geht es auf den Wohnmobil-Stellplatz nach Lingen zum Linusbad. Der Platz ist recht rot. Obwohl direkt daneben eine Kirche steht und wir schon Angst haben, dass wir da am nächsten Morgen von geweckt werden. Ist allerdings nicht passiert. Der Platzbad auf diesem Platz ist recht gründlich, genau und auch sehr oft präsent hier. Es kostet hier 5 Euro pro Nacht, 50 Cent, 1000 kW. Schmutzwasser und Toilettenentsorgung ist hier auch möglich. Natürlich zeigen wir euch auf diesem Platz wieder einmal von oben. Hier kann man noch sehen, dass die Stadt nicht sehr weit weg ist und auch super zu Fuß zu erreichen ist. Musik 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 Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! 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 Komm! Komm, komm! 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 Aller! Komm! Komm! Und am nächsten Morgen wieder Abmarsch nach Hause, werden auf diesem Platz mit Sicherheit noch einmal wiederkommen, schon alleine wegen dem Linusblatt. Die Ausfahrt von diesem Platz war ziemlich eng und daher musste ich erstmal in die falsche Richtung fahren und nachher noch einmal drehen, weil ich Angst hatte, dass ich mir das Heck irgendwo in den Endvöller anfahre. Wir hoffen, euch haben auch diese Aufnahmen von dem Platz gefallen. Wie immer gerne den Daumen und das mit dem Abo, damit ihr uns weiter verfolgen könnt. Und nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.